Welche Aktien befinden sich gerade ganz oben auf meiner Watchliste? Das ist natürlich eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, vor allem auch in den Livestreams. Und da möchte ich aktuell mal wieder so ein Update dazu machen. Das letzte kam ja, als so Jahreswechsel war, da habe ich euch gesagt, welche Aktien so bei mir ganz oben auf der Watchliste sind. Einen Zugauf hat es ja da bereits gegeben, die United Health Group, die ist natürlich dann nun nicht mehr auf der Watchliste mit drauf. Aber ansonsten hat es die ein oder andere Veränderung gegeben. Es ist auch ein neuer Titel mit drauf gekommen. Andere wiederum sind bei mir gerade nicht mehr so ganz weit oben, vor allem immer aufgrund von kurstechnischer Entwicklung. Und da ich ja gerade auch für mich etwas größere Cash-Position halte aufgrund der Verkäufe in der letzten Zeit. Da wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen oder Monaten dann mal noch ein neuer Titel mit ins Depot reinkommen. Und da möchte ich euch heute mal eben zeigen, welche Aktien hier gerade dafür in Frage kommen. Denkt doch dran, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben dafür da. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, herzlich willkommen. Lasst gerne ein Abo da, wenn du keine neuen Aktienvideos, News und Analysen mehr verpassen möchtest. Am Anfang seht ihr wie immer so meine erweiterte Beobachtungsliste. Das sind jetzt Aktien, die aber ja gerade nicht ganz oben in der Priorität sind. Vor allem eben bei den meisten hier aufgrund der Bewertung. Vor allem LVMH, Tesla, Waste Management und auch eine Cloudflare. Das sind für mich Aktien, die aktuell deutlich zu teuer sind. Auch Waste Management und Cloudflare habe ich ja erst vor kurzem in einem eigenen Video darüber gesprochen. Warum mir diese Titel aktuell eben einfach zu hoch von der Bewertung sind. Bei Walt Disney, da scheiden sich aktuell die Geister. Die aktuellen Bewertungskennzahlen sind eben auch ein bisschen schwierig noch zu deuten. Da es eben ein Unternehmen ist, das jetzt in den nächsten Jahren wieder sehr viel mehr Gewinn aufbauen soll. Weil sie immer noch so die ein oder anderen Corona-Nachwirkungen einfach zu spüren bekommen. Und dann eben auch Probleme im Streaming-Markt, die aktuell eben auch nicht helfen in der Profitabilität. Daher Walt Disney auch bewertungstechnisch mit Sicherheit keine günstige Aktie. Aber da kann sich relativ viel tun in den nächsten ein, zwei Jahren. Sodass eben hier die Bewertung ganz schnell wieder in andere Regionen kommt. Aber bei Walt Disney muss ich einfach sagen, da ist mir gerade einfach zu viel los. Dann gab es ja wieder den Management-Wechsel. Ich habe jetzt hier irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass jetzt so ein ganz genauer Fahrplan, so eine ganz genaue Roadmap einfach besteht. Die dem Unternehmen und vor allem der Aktie eben auch mal wieder so ein gutes Stück Leben einhauchen soll. Daher Walt Disney immer wieder eine Company, die natürlich auch mal interessant für mein Depot wäre. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, ihr wisst ja, ich setze nicht auf diese ganz starken Turnarounds. Ich muss eben erstmal wieder so diese interessanten neuen Ansätze dann sehen, dass sich also auch wirklich was tut. Denn versprechen kann man immer viel. Ich möchte da was sehen. Und vor allem jetzt ist auch in meiner Watchlist eben ein Titel mit dabei, wo ich der Meinung bin, ja, da tut sich jetzt wieder nachhaltig was und ist für mich ein toller Turnaround-Kandidat. Und zwar ist das PayPal. Das hätte ich jetzt zum letzten Jahr tatsächlich auch nicht gedacht, dass sie auf einmal hier wirklich in meinen engeren Favoritenkreis meiner Watchliste reinkommen, weil hier einfach wirklich vieles für mich nicht gepasst hat bei dem Unternehmen. Sowohl die operative Entwicklung als dann eben auch das Verhalten des Managements. Das hat für mich alles hier vorne und hinten nicht zusammengepasst. Und eben auch so die Entwicklung über mehrere Quartale hinweg einfach, die war doch ein Stück weit besorgniserregend. Und man hatte hier eben nicht das Gefühl, dass hier irgendwie reagiert wird. So, nun haben wir aber die Situation, dass es gleich wirklich mehrere positive Punkte gibt. Zum einen, die Aktie ist von den Bewertungskennzahlen her, vor allem wenn wir uns mal so das Forward-KGV anschauen, also das Erwartete, das ist jetzt natürlich immer schwierig zu deuten, ob das wirklich so einen krassen Gewinnsprung dann hier gibt. Das kann man mit Sicherheit mal noch ein bisschen in Frage stellen. Aber dass sie sich aktuell wirklich wieder in eine sehr starke Richtung bewegt, ich glaube, das haben wirklich viele gesehen in den letzten Veröffentlichungen. Daher hier schon mal der erste positive Aspekt aus operativer Sicht, hat sich das Ganze wieder sehr viel besser jetzt auf einmal dargestellt, als es sonst so, vor allem im letzten Jahr der Fall war. Dann wird es einen Wechsel an der Spitze geben. Und da gefällt mir eben auch besonders gut, dass sie sich hier wirklich viel Zeit lassen. Denn Dan Schulman, der geht erst gegen Ende des Jahres hin. Und man hat jetzt also hier wirklich lange Zeit, einen passenden und adäquaten Ersatz dann hier zu finden. Da Dan Schulman für mich auch wirklich zuletzt keine gute Arbeit mehr geleistet hat. Er hat früher viel aus dem Unternehmen rausgeholt. Aber gerade eben so in den letzten Jahren ist das Ganze so für mich so ein Stück weit eingeschlafen, sodass ich hier dann eben einfach sagen musste, für mich war da PayPal wirklich kein Thema. Aber mir gefällt das Unternehmen, mir gefällt die Marke an sich. Sie sind also hier mit einer der größten Namen im Fintech-Bereich. Und gerade da hat PayPal jetzt für mich auch in den nächsten Jahren wirklich viel Potenzial. Sie sind ein hochprofitables Unternehmen. Und aktuell für mich wirklich ein Thema, welches ich ganz genau beobachte und hier ebenfalls den Weg bei mir ins Depot finden könnten. Gerade der Finanzsektor ist jetzt auch so durch die Bankenkrise, durch diese Hochzinsphase natürlich eben auch so ein Stück weit unter Druck geraten. Und da gibt es einige Titel, die wirklich sehr interessant geworden sind. Und eben da sie auch, obwohl sie sich beispielsweise relativ positiv oder besser entwickelt haben, als man das eigentlich vermutet hat, trotzdem ist eben so der ganze Sektor aufgrund dieser Krise und eben auch der makroökonomischen Entwicklung runtergezogen worden. Und da gibt es für mich besonders ein Unternehmen, das eben auch jetzt auf die letzten Monate hingesehen, wirklich eine Schwächephase hatte, die man sonst so nicht von ihnen gekannt hat. Und das ist die Ratingagentur Standard & Poor's. Also sie hatten natürlich auch noch schlechtere Phasen, wie wir auch hier in der 52-Wochen-Entwicklung sehen können. Aber das ist eigentlich eine Aktie gewesen, die über ganz, ganz lange Sicht hingesehen eigentlich fast nur nach oben gelaufen ist. So, jetzt hatten wir aber eben, oder wir haben eben die Hochzinsphase, die vor allem für Ratingagenturen sehr schlecht ist, da hier die Unternehmen eben, ja, viel weniger neue Kredite möchten und dann eben auch keine Ratings dann hier haben. Standard & Poor's hat sich mittlerweile aber eben vor allem auch als Datenlieferant sehr viel breiter aufgestellt und hier neue Geschäftszweige dann sich aufgebaut, die teilweise sogar schon mehr Umsatz machen als eben die reinen Ratings. Und das gefällt mir persönlich wirklich sehr gut. Bewertungstechnisch sind sie aber immer noch auf einem wirklich hohen Niveau. Aktuell ist KGV 35, Vorwärts KGV ist auch noch im hohen 20. Bereich Price-to-Free-Cash-Flow 45, also auch das wirklich sehr hoch für das Unternehmen. Sie kommen auch nur auf eine Free-Cash-Flow-Yield von 2,2%. Also hier für mich zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall auch die Bewertung, einfach der Knackpunkt, warum ich hier noch nicht zugeschlagen habe. Denn gerade auch im Finanzsektor sehe ich in meinem Depot auf jeden Fall auch noch Platz und Möglichkeiten hier rein zu investieren. Ich habe ja vor allem BlackRock und mit Block 2 Titel aus dem Finanzsektor, die aber natürlich grundlegend in anderen Bereichen drin sind. Denn so einen wirklich ähnlichen Titel zu Standard & Poor's ist eigentlich dann nur noch Moody's, den man hier so an der Börse finden kann. Die beiden teilen sich ja auch diesen Markt nahezu nur unter sich auf. Wenn man noch die dritte Ratingagentur Fitch mit dazu nimmt, dann hat man hier eigentlich schon den kompletten Ratingmarkt dann hier vertreten. Standard & Poor's ist ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen über viele Jahrzehnte gewesen, sehr viel Erfahrung und wird auch in den nächsten Jahren weiter hier einer der wichtigsten Player bleiben. Auch KI bin ich der Meinung, könnte für sie sich eher lohnen, dass man also hier aufgrund der vielen Daten, die man über die vielen Jahrzehnte gesammelt hat, also dann hier auch eine KI dann in den nächsten Jahren einsetzen könnte, um das Ganze, diese ganzen Prozesse eben zu beschleunigen. Da braucht man weniger Mitarbeiter, das wird also effektiver, was sich dann also wieder positiv auf die Margen auswirken könnte. Also auch Standard & Poor's ein Unternehmen, bei dem ich wirklich sehr gerne einsteigen würde, aber hier eben noch ein bisschen warte aufgrund der aktuellen Bewertung. Sehr viel günstiger zum aktuellen Zeitpunkt bewertungstechnisch haben wir Home Depot. Wir haben hier ein aktuelles KGV von 17,6 und Forward KGV von 18,4 und die Aktie ist zuletzt auch, ja, deutlich wieder so von ihrer heißen Phase zurückgekommen. Man sieht auch in ihrer 52-Wochen-Range, da sind sie mittlerweile in der unteren Hälfte, also die Aktie ist ja zeitweise durch diese Corona-Effekte wirklich brutalst gut gelaufen. Aktuell haben wir ja auch zum Beispiel eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent, also auch für das eine oder andere Dividendendepot interessant. Und Home Depot, ja, bei mir wirklich aktuell relativ weit oben auf der Watchliste, also könnte sein, dass sie so der neue Auserkorene sind. Da es jetzt eben auch ein Segment ist, das bei mir so im Depot noch gar nicht vertreten ist, gerade auch Konsum, ich bin ja eben eher so Technologie- und Gesundheitslastik aufgestellt, daher bin ich der Meinung, könnte Home Depot hier auch wirklich gut ins Depot reinpassen. Lasst es mich auch gerne mal wissen, welche der heutigen Aktien ihr wirklich sehr passend für mein Depot findet und auch die zukünftige Entwicklung soll mindestens stabil sein. Man rechnet eben aktuell mit relativ wenig Wachstum. Die letzten Ergebnisse waren eigentlich immer noch wirklich eher positiv, dass man also diese starken Corona-Effekte alle halten konnte, dass man hier keine Rücksätze einfach hatte und dementsprechend, ja, Home Depot wirklich ein absolutes Qualitätsunternehmen, das vor allem auch aus Dividenden- und Dividenden-Wachstumsicht ein sehr interessanter Pick hier ist. An dieser Stelle möchte ich mich auch recht herzlich bei der Timeless-App für das Sponsoring dieses Videos bedanken. Bei Timeless habt ihr die Möglichkeit, in verschiedenste Asset-Klassen zu investieren oder eben auch Sammlerstücke wie beispielsweise ein original verpacktes Apple iPhone der ersten Generation, Luxusuhren von Rolex oder Odima Piquet oder auch neue Sneaker gibt es wieder auf der Plattform. Alle diese Assets hier in den nächsten Tagen verfügbar. Mein letztes Invest war in ein Ferrari 612 Scalietti. Mittlerweile habe ich aber über zehn verschiedene Sammlerstücke bei mir im Portfolio, unter anderem Banksy-Kundswerke, eine Hermes-Tasche oder dann eben auch original verpackte Videospiele von der Nintendo 64-Generation. Diese Assets werden von Timeless eingekauft, sicher verwahrt und sollen dann eben möglichst Gewinn bringen, wieder verkauft werden. Hier seht ihr mal einige sehr lukrative Exits von Timeless, die es in den letzten Monaten gegeben hat, die den Anteilseignern zwischen 16 und 200 Prozent Rendite gebracht haben. Denkt aber bitte daran, das ist natürlich nicht immer der Fall. Sammlerstücke können eben auch auf langfristige Sicht hingesehen tolle Investitionsmöglichkeiten sein. Vor allem Whiskys, Autos und Weine haben in den letzten Jahren eine wirklich wahnsinnig starke Wertentwicklung gehabt, wenn man hier auf das Richtige gesetzt hätte. Oder über gewisse Zeiträume hätte man eben auch verschiedene Indizes outperformt. Aber auch das ist natürlich eben immer unter dem Kontext zu sehen, dass eben auch mal die Aktienmärkte hier wieder sehr viel besser laufen können. Ihr könnt mit meinem Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung euch nicht nur ein 10-Euro-Startguthaben sichern, sondern auch ein Willkommens-Asset, welches wirklich nur für neue Kunden dann hier angezeigt wird. Da könnt ihr also nur als neue Kunden dann rein investieren und zusätzlich unterstützt ihr damit natürlich auch noch die Arbeit auf meinem Kanal damit. Und da bin ich über jeden Abschluss und Klick sehr dankbar. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das nächste Unternehmen, welches aktuell bei mir unter genauer Beobachtung steht, ist AppV, denn ich habe ja auch einen Verkauf aus dem Gesundheitsbereich getätigt, in Form von Intuitive Surgical. Und da würde natürlich eben dann auch hier ein Neukauf von AppV für mich durchaus Sinn machen, da ich mich eben auch im Gesundheitsbereich wirklich sehr gut aufstellen möchte, habe ich natürlich meines Erachtens nach zumindest auch mit Thermo, Fischer und Dennerhör auf jeden Fall schon. Aber gerade auch so ein großer Biotech-Konzern wie AppV würde hier wirklich sehr gut reinpassen. Wir haben aktuelles KGV von 24. Vorwärts KGV, ja, das ist auch bei AppV ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da ist eben auch sehr viel los in den nächsten Jahren. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie eben dann auch vor allem so diese große Akquirierung, die sie durchgezogen haben, dann eben langfristig sich auf die Ergebnisse auswirken wird. Wir haben Price-to-Free Cashflow von 11,8 aktuell. Also einige Kennzahlen wirklich schon relativ attraktiv auf diesem Niveau meines Erachtens nach. In der 52-Wochen-Range sind sie relativ weit oben, wie wir hier sehen können. Und gerade da bei AppV beobachte ich die Lage auch ganz genau. Also ich finde sie schon bewertungstechnisch relativ interessant zum aktuellen Zeitpunkt. Möchte aber eben mal noch so die nächsten paar Wochen einfach so ein Stück weit abwarten, was sich da so tut. Vor allem jetzt eben auch so die kommende Earnings-Season, was da noch so bei verschiedenen Unternehmen los ist. Aber AppV auch bei mir hier aktuell ein wirklich sehr heißer Kandidat für eine Aufnahme in mein Depot. Die nächste Aktie ist ein alter Bekannter, denn sie sind bei mir wirklich schon lange mal früher im Depot gewesen und waren auch hier renditetechnisch eines meiner erfolgreichsten Invests, die ich bisher so je an der Börse hatte. Also sie sind vor allem so auch nach Corona extrem stark gelaufen. Und hier hatte ich dann eben auch so irgendwann die Bedenken, dass das Ganze mir dann doch zu heiß gelaufen ist. Habe das Ganze dann in zwei Dranchen dann bei mir damals aus dem Depot rausgeschmissen, auch auf einem relativ hohen Niveau. Seitdem beobachte ich aber weiter hier die operative Entwicklung, da das Unternehmen für mich super stark aufgestellt ist, ein sehr starkes Management hat und auch die operative Entwicklung vor allem zuletzt wieder sehr positiv überrascht hat. Und zwar ist das The Trade Desk, aber auch die aktuell natürlich ja immer noch relativ sportlich von der Bewertung her. Price Earnings, ja das ist jetzt aktuell nicht erwähnenswert. Gucken wir uns eher mal das Forward KGV an mit 52, aber immer noch relativ hoch. Die Price to Sales sind auch hier bei fast 20, also da sieht man eben einfach auch, also der Markt honoriert schon wirklich diese starken Leistungen, die das Unternehmen in den letzten, muss man wirklich schon Jahre sagen, einfach hier abgeliefert hat. Also auch immer wieder in wirklich schlechten Phasen für den Werbemarkt hat The Trade Desk immer wieder es geschafft, sehr positiv überraschen und daher steht der Markt ihnen auch wirklich sehr hohe Bewertungskennzahlen einfach hinzu. Ich bin damals ja relativ am All-Time-High ausgestiegen und habe aber die Situation immer weiter mitverfolgt. Da ich ja jetzt gerade auch so mit Intuitive Surgical so in meinem Depot einen der etwas spekulativeren Titel rausgeworfen habe, sehe ich auch hier durchaus Platz in meinem Depot für eine Position in eben etwas spekulativeren Titeln, auch wenn The Trade Desk hier so für mich eine Mischung aus spekulativ und eben auch schon einem normalen Wachstumswert mittlerweile hier geworden ist, da sie eben sich wirklich sehr toll entwickelt haben. Sie sind lange schon profitabel und in den nächsten Jahren sollen sie sehr profitabel weiter wachsen, aber das ist natürlich zum aktuellen Zeitpunkt wirklich extrem schwer, einfach vorherzusehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. The Trade Desk ist immer wieder mal ein Unternehmen, die auch mal die Earnings wahnsinnig stark gecrushed haben, also wirklich sehr viel stärker profitabel gewachsen, als man es ihnen zugetraut hätte. Und daher ist eben ein Unternehmen, das viel Potenzial hat, im Werbemarkt mittlerweile ja wirklich sehr etabliert geworden ist und gerade auch hier sich ja so sehr stark aufgestellt hat, ihnen haben eben auch so diese ganzen Cookie-Themen nicht viel angehabt und sie haben hier halt einfach wirklich eine sehr klare Strategie aufgrund des starken Managements, was mir gut gefällt und auch daher, wenn hier sich zum Beispiel mal in den nächsten Wochen so mal wieder ja einen relativ attraktiver Einstiegspunkt bieten könnte, dann wäre also auch The Trade Desk mal wieder ein Thema, weil auch die Aktie natürlich immer wieder mal ein bisschen volatil ist, also auch da mal ein Absturz im zweistelligen Bereich immer wieder mal stattgefunden hat und da könnte es dann eben auch mal wirklich ganz schnell gehen und The Trade Desk könnte wieder den Weg in mein Depot finden, da ich hier auf ganz lange Sicht hingesehen wirklich noch sehr viel Potenzial in dem Unternehmen hier sehe. Im Gesundheitsbereich gibt es tatsächlich noch ein zweites Unternehmen, das sich bei mir gerade auf der Watchliste befindet, auch das ist eine Aktie, die immer wieder mal bei mir auf dem Kanal behandelt wurde, vor einiger Zeit habe ich sie sogar mal analysiert, das war aber noch relativ am Anfang meines Kanals, daher ist hier auf jeden Fall auch mal in den nächsten Wochen eine Einzelanalyse geplant zu dem Thema, weil auch dieses Unternehmen mir wirklich sehr gut vom Thema her gefällt, sie sind sehr stark aufgestellt, haben ein tolles Portfolio und natürlich noch einige interessante Sachen in ihrer Pipeline aktuell. Und zwar ist das Amgen und im Gegensatz zu AppVie sind sie aktuell nicht auf so einem hohen Niveau, wenn man ihre 52 Wochen Range betrachtet und auch aus bewertungstechnischer Sicht ein KGV, wo ziemlich genau bei 20 aktuell liegt ein Forward KGV von 12,8, Price to Free Cashflow 14,9, Free Cashflow Yield 6,7, also da merkt man schon Amgen aktuell optisch zumindest an einem relativ attraktiven Niveau, auch für Dividendenjäger natürlich interessant mit einer Dividendenrendite von 3,5% und gerade die Biotech-Unternehmen, die sind auch in den letzten Jahren also wirklich sehr positiv aufgefallen, was Dividendenwachstum angegangen ist, auch aktuell, wenn man sich hier mal so die Schätzung der nächsten Jahre anschaut, rechnet man mit einem hohen einstelligen Wachstum zum aktuellen Zeitpunkt. Natürlich muss sich das Ganze dann eben auch ja erstmal im operativen Business dann so zeigen, dass sie das auch als weiter können, denn gerade bei Amgen sowie auch bei AppVie hat es große Übernahmen gegeben, sie haben aktuell relativ hohe Netto-Schulden, also beide Unternehmen, aber die sind wirtschaftlich für mich so stark aufgestellt, dass das jetzt für mich nicht so das ganz große Problem ist und ich da auch trotzdem nachvollziehen kann, dass die Dividenden weiter gut angehoben werden, denn wir haben hier in EBDA, das zuletzt schon bei über 17,7 Milliarden Dollar lag, wir haben Nettoergebnisse von knapp 6,7 Milliarden und einen Free Cashflow von deutlich über 9 Milliarden, der auch noch in den nächsten beiden Jahren also wirklich signifikant ansteigen soll, also sowohl Amgen, aber auch bei AppVie sehe ich hier wirklich viel Potenzial, also weiter gut die Schuldenlast zu reduzieren und hier trotzdem aber eben auch ihre starken Dividenden weiter halten, also nicht nur halten zu können, sondern eben auch ansteigen zu lassen. Deswegen man rechnet aktuell bei beiden Unternehmen damit, dass sie eben hier auch auf längerfristige Sicht hingesehen die Dividenden weiter anheben werden, aber für mich ist natürlich die Dividende eher nebensächlich, ich glaube auch bei beiden an wirklich sehr starke positive Entwicklungen und daher möchte ich hier vor allem auch abwarten, bis ich mal die Zeit finde, Amgen eingehen zu analysieren und dann ist die Chance aktuell wirklich relativ hoch, dass entweder Amgen oder AppVie den Weg bei mir ins Depot findet, weil ich eben auch noch ein Stück weit den Gesundheitssektor weiter abbilden möchte aufgrund des Verkaufs von Intuitive Surgical und daher hier beide Firmen ja relativ weit oben einfach bei mir auf der Watchliste aktuell stehen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie mein Depot ansonsten aktuell aussieht, schau gerne in mein aktuelles Depot-Update rein, da erfährst du immer am Monatsanfang, wie mein Depot aktuell aufgestellt ist. Denkt auch dran, unten im ersten angepinnten Kommentar findet ihr meine Filded-Link zu Timeless, sichert euch unbedingt euer 10-Euro-Startguthaben und unterstützt damit gleichzeitig meinen Kanal. Vielen Dank dafür!